Ich zeige dir jetzt mal zurück von meinem Handy. Hallo. Willkommen hier bei mir. Ich bin auf der Dreamhack, Leute. Von heute bis Sonntag. Und ich streame auch jeden Tag hier. Ich hoffe, das Video übersteuert nicht. Ich rede extra ein bisschen leiser, weil das letzte Video, das ich aufgenommen habe, ist total übersteuert. Ist doch nicht alle gut eingerichtet hier, ne? Eins am anderen. Aber kommt bitte auf twitch.tv slash delendo und guckt die nächsten drei Tage durchgehend. Auch wenn ich gar nicht mehr streame, könnt ihr warten, bis ich wieder da bin. Heute Abend, 18 Uhr, ist das Tournament. Das Finale auf der Dreamhack, was ich moderiere mit Sonntag mit Kamlan. Mit dabei sind natürlich wieder Max und Floyd, ne? Dr. Floyd und alle anderen auch. Aber in erster Linie streame ich gleich. Ich habe mir sehr viel vorgenommen, dass ich sehr viel Hearthstone streame, sehr viel, ne, sehr viel WoW streame, Hearthstone streame, ja, das ist nicht sehr viel, sondern nur ab und zu mal. Und, äh, ich habe noch viele Spiele über, die wir mal ausprobieren können, ja? Es wird geil. Ich habe Bock und, äh, ich hoffe ihr auch. Also schaut rein und, äh, hier, ne? Ihr kommt gleich von euch gefälligst, schreibe. Tschüss. Äh, so um 20 vor geht's los, würde ich sagen. Kiss. Goes das. Also. Ja. Schreibe.